Ich muss momentan sagen, also momentan ist das Spiel gar nicht sooo schlecht. Also es könnte noch besser sein, aber... Ja gut, das ist halt wirklich am Anfang, aber wir halt auch noch ziemlich kacke sind, muss ich halt ehrlich sagen. Problem ist halt, dass in dem Moment, wo wir auf einen treffen, wir eigentlich schon fast sicher tot sind irgendwie. Also wir haben jetzt noch keinen wirklichen Fight einmal gewonnen. Ja man, ich hab schon mal ne Waffe. Na die geht wieder weg, vorher meine war auch weg. Das hier ist nur so Ladezonen. Alle reingeladen sind. Rotes Gaming, ich glaub du willst nicht mit uns spielen, wir sind ziemliche Kack-Bugs. Ja doch, das könnte uns einer erklären. Wo fallen wir runter? Ich weiß gar nicht, wo wir langfliegen, hab ich gar nicht geguckt. Du darfst mal hier oben hingehen. Seht ihr das rechts oben? Welche Farbe bist du denn? Gelb. Gelb? Ja, dann lass da gelb rein. Über Wailing Woods quasi. Da müssen wir jetzt raus. So. Boah. Das ist doch sogar wo wir gerade waren. Mitten in den Bäumen, da gibt's sogar was. Ne Stadt. Boah da rein lieber. Ne, ich bin grad schon hier unten. In der Stadt. Jo, ich guck gleich mal, Rotes. Nice. Wuiiii. Also ganz schön weit zu diesem gelben Punkt hier. Ja, ich bin doch da runter. Ah, ich lande glaub hier auf dem Haus. So, schau mal ne. Zack. Pistole. Wenn du da auf dem Haus landen, macht keinen Sinn. Dann schieße ich gleich wieder ab. Ich muss vorne vor dem Eingang landen. Ich bin mal gerade bei dem Labyrinth. Ja. Oh, jawoll. Hier liegt Muni. Uh, geht nach. Ich hab ihn. Er ist tot. Nein, jetzt hat er. Ah, jetzt hat einer von den Typen mich erwischt. Ja gut, das ist nur. Aber ich kann mich noch weg robben. Oh, ich guck mal, wie ich dich krieg. War da viel bei dir los? Ne, zwei halt bisher. Na gut. Aber der holt mich gleich. Ja. Boah, du bist halt echt. Ah. Na gut. Das ist halt viel zu aufgesplittet auch irgendwie. Ja, ich bin dahin, wo dieser gelbe Punkt war. Egal, ich hab meinen Kill geholt. Egal, ich hab meinen Kill geholt. Egal, ich hab meinen Kill geholt. Ich bin doch nicht weit auseinander. Du bist doch direkt hinter mir. Ja, jetzt. Ja. Aber wenn du denkst, da wo dein gelber Punkt war, wo wir jetzt sind. Ja, ich bin dann halt doch lieber da gelandet. Ja. Ja. Ja, mitten. Oh. Oh. Soll ich vor diesem Tomatotown gehen, Haju? So können wir mal machen. Vielleicht gibt's da was, Haju. Oh, der klingt gerade in der Armbrust. Aber das stimmt nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mega nah ranziehen mit den Snipern. Ja, ich guck grad mal Hansi zu. Ja, nice. Aber jetzt hab ich voll den Druck. Kurz AFK. Oh, ich glaub hier war schon jemand vor uns. Das kann gut sein. Oh, der T-Tier wird auch abgeschossen. Nein, wir sind nur noch wieder zwei. Ich versuch was. Oh! Oh, ich glaub das hier war ja. Oh, ich pred头 habe lassen. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin hier. Die Tür war ja immer noch immer noch nicht. Ich hab dir ein Lagerfeuer freigemacht. Ein Lagerfeuer? Viel, glaube ich. Aber trinken. Oh, der Leer, Leer. Okay. von mir liegt was na das problem ist immer wenn da was liegt wer weiß von wem das fallen lassen oder? in der armenbrust kann schuh nehmen ich hab schon einen boah da kannst ja richtig massig zoomen hey wiegt da noch? versteh nicht so ganz was er von mir will so ein taktisch was glaub hier war auch ein fight so wie es aussieht wer versteht nicht was du willst ich versteh nicht so ganz was mein zuschauer von mir will grad wegen er hat gefragt ob er mitspielen kann ja soll er machen soll er machen ja dann hat er gesagt ob er moderator machen kann was für ein moderator? ach moderator im channel weisch ah das brauchst du glaub nicht ach so jetzt check ichs hey ich glaub hier sind wir echt in einer verlassenen gegend oder wir sind ziemlich ja das schon aber ich glaub kaum was los ja waffengegend ist schon herum hier waren mal kämpfe ja auf jeden fall glaub ich bleib auch erstmal hier um ehrlich zu sein hier ist auch eine gute übersicht vor allem wenn wir beide mit sniper haben können wir vielleicht echt gucken ob wir da irgendeinen weg holen können dann oh jetzt sind wir auf einmal direkt am rand wenn wir noch rein rein ich hab jetzt mit mauchen kann halt sein dass man raus oh ich werd abgeschossen ach das war vielleicht du oder von unten ich hab von unten geschlagen ja ok dann geschlagen so aber ich werd mal jetzt von hier vielleicht ein bisschen raus snipen ja ich bleib mir auf jeden fall so lang bis wir hier in gefahr sind hier reinkommen gerade in der richtung wo der naja in die richtung wo wir beide gucken da ist schon einer guck am dings boah der bewegt sich halt verdammt schnell jawoll da oben sind normal 2 hagel boah da kommen sie jetzt alle ja ich hab's keine schritte mehr ach jürgen ich werd nicht vorlaufen sollen ja das war richtig dumm schuldig passiert also gleich kommt dann jemand rein zu lang mach ichs wahrscheinlich auch nicht mehr Marvin du gewinnst das noch es sind nur noch 20 gegner ja jetzt hab ich abonnenten nummer 90 wupp wupp user joined your channel hallo 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 Marvin bist jetzt einfach in den Arsch und rennt schon einfach weg ich glaube ich laufe den zu und kill den der kommt unten NEEIN ah der musste da echt weg hier guck mal ein paar Sekunden hätte da noch Zeit gehabt schade bitter schade der hätte mich schon mal gewinnen lassen können mh hihihi